So, heute kümmern wir uns mal um die Lampen für vorne. Und zwar haben wir ja auch diese scheiß Middle-Dinger, aber ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich andere mit E-Zeichen für die KVF. Und ich habe mir gedacht, wenn die schon runde Lampen hat, dann braucht die natürlich schöne Halo-Ringe. Schön in grün und die wollen wir jetzt mal einbauen. So, was mir an diesen Ringen natürlich direkt aufgefallen ist, obwohl Beistand wasserfest, viel Auswahl hatte man nicht, also nimmt man natürlich irgendwelche Billigdinger aus China. Ich weiß nicht genau, was die unter Wasser dicht verstehen. Genauso wie dieses schwarze Hüllending, wo das hier reinkommt. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal dicht machen mit, ich muss mal gucken, was ich dafür nehme, Sicaflex oder Motordichtmasse. Eins von beiden und dann hoffe ich mal, dass das ein bisschen länger halten wird, als es so halten wird, wie es jetzt ist. Ach ja, und was wir natürlich auch noch machen müssen, ist diese Clips hier abmachen. Ich weiß nicht genau, warum die da dran sind, für welches Fahrzeug die eigentlich sind, dass die da gut reingeklipst werden können. Aber bei mir ist das auf jeden Fall nicht der Fall, deswegen werden die jetzt nochmal schön ordentlich abgeschnitten, abgefeilt, dass das eine ebene Fläche ist. Kommen wir zum aktuellen Zwischenstand. Es ist jetzt schon aufgefallen, dass ich darauf achten muss, nicht jeden Satz, wenn ich ein neues Video anfange mit so zu beginnen, weil es irgendwie meine Art ist, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt mich für Motordichtmasse entschieden, weil ich da einfach eine Tube hatte mit spitzerer Spitze, um da reinzukommen. Das ist nicht so anfällig für Temperatur. Ich weiß ja nicht, wie warm die Ringe werden, weil die ja auch zwischen den, ach, zwischen sage ich schon genau, um die Scheinwerfer drum herum liegen und die ja leider kein LED sind und dadurch vielleicht sehr warm werden könnten. Und ja, es ist schwarz. Ich hatte nur weißes Zika-Flex und da dachte ich, schwarze Motordichtmasse ist vielleicht besser. Und ja, hier nochmal zum Vergleich zu vorher ist, habe ich das jetzt wieder schwarze Zeug gezogen? Ne, ist halt, wenn du ganz hier am Rand guckst, nicht wirklich dicht. Und deswegen mache ich das jetzt auch noch und dann kann es auch schon ans Einbauen gehen. Aber das wird wahrscheinlich erst in ein paar Tage sein. Deswegen kommt jetzt ein Cut. Ah, toll. Nachricht. Oh, vibrieren. Ah. Und da sind wir jetzt auch wieder seit langem hier in der Werkstatt. Es ist jetzt mehrere Wochen her, dass ich hier mit dem Halo-Eis angefangen habe. Und ein bisschen was dazwischen gekommen, andere Sachen zu tun und so. Deswegen konnte ich jetzt leider nicht weitermachen. Jetzt habe ich mal die ganze vordere Verkleidung runtergenommen, um auch die Lightbar und alles so mit Licht und Schalter und so fertig zu machen. Das wird aber alles in einem Video, in einem anderen Video kommen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier nicht zu sehr durcheinander komme. Deswegen werde ich jetzt hier nur noch ein bisschen erklären. Dann wird dieses Video auch zu Ende sein und der Rest kommt dann in dem Video zu der Lightbar. Weil, das ist mir sonst alles viel zu kompliziert, zwei Videos parallel aufzunehmen, die eigentlich alle mit dem Licht zu tun haben. Und das ist dann irgendwie ein bisschen scheiße. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade hier beschäftigt. Das erzähle ich noch kurz, diese Ringe einzukleben. Ich bin mir nicht sicher, was für einen Kleber ich da nehmen soll. Ich habe jetzt so ein doppelseitiges Klebeband genommen, was angeblich zweieinhalb Kilo pro Quadratzentimeter halten soll. Daraus habe ich dann Streifen geschnitten, die hinten drauf geklebt und dann festgepresst. Und den Schraubzwingen nach zu urteilen, sieht man schon, dass das nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Ich will die halt irgendwie auch nicht so festkleben, dass man sie nicht wieder abbekommt. Falls mal irgendwas ist, die defekt sind, die ausgetauscht werden müssen. Deswegen werden die jetzt aktuell noch mit den Schraubzwingen dran gepresst, damit die hoffentlich besser kleben. Ansonsten muss ich noch etwas überlegen. Weil wenn die sich lösen, hängen die nachher nur an diesen zwei dünnen Kabeln vorne dran im Gelände. Das ist natürlich dann nicht so schön. Aber na gut. Ja, wie gesagt, die Scheinwerfer sind gerade ausgebaut. Dazu jetzt sende ich gleich noch etwas in einem LED-Video, was dann irgendwann kommt. Und das Verlegen der weiteren Kabel, die Anschlüsse und so, das mache ich alles zusammen mit in dem LED-Bar-Video. Und ja, damit ist das jetzt auch hier zu Ende. Es ist jetzt ein bisschen hektisches und ziemlich spät kommendes Ende von diesem Video. Aber vielleicht werde ich da noch irgendwie was zusammen schnibbeln am PC, damit sich das nicht ganz so scheiße anhört oder wirkt oder wie auch immer. Aber ich wollte euch einfach nur auf dem Laufenden halten, weil ja, mit der ganzen Elektrik hier Katastrophe. Also, oh man. Aber wie gesagt, mehr dazu dann im nächsten Video zu der LED-Bar. Also, ja, haut rein. Was ich halt noch fragen wollte, ich habe die jetzt halt hier mit so doppelseitigen Klebepads, die extra viel aushalten, reingeklebt. Aber ich muss sagen, das sieht gar nicht mal so gut aus. Also, wenn irgendjemand nochmal einen Tipp hat, womit ich die einkleben könnte, dann bitte in die Kommentare damit. Gerne auch, wenn jemand sagt, boah, ich schreibe nicht so gerne Kommentare unter YouTube-Videos. Wer mich bei Instagram oder Facebook hat, kann mich auch gerne anschreiben und mir Tipps geben. Wichtig ist halt, es soll ordentlich halten. Auch bei Temperaturschwankungen. Ich fahre halt auch im Winter und ich fahre auch im Sommer bei hohen Temperaturen. Ich weiß auch nicht, wie warm die hier direkt am Rand werden, die Miedelscheinwerfer. Und Feuchtigkeit und Schlamm sollte es natürlich auch abhaben können. Da sind auch extra welche aus dem Badezimmerbereich, die ich genommen habe. Aber, ja, die ließen sich halt nicht gut zuschneiden und die haben auf der Rückseite nicht gehalten. Nur hier am festen, harten Rand. Deswegen musste ich die halt so ein bisschen überstehen lassen. Also, wenn irgendjemand da irgendwie noch ein Rad hat, womit ich die festmachen könnte. Wichtig ist vor allen Dingen auch, man muss es wieder abkriegen. Also, ich will auf jeden Fall irgendwas haben, dass wenn mal was damit ist und ich das abbauen muss, das rückstandslos und heile sich entfernen lässt. Also, damit irgendwie Sika-Flex oder Silikon festkleben und damit letztendlich auch hier die Verkleidung beschädigen. Kommt für mich nicht in Frage. Deswegen, wenn irgendjemand einen Tipp hat, welche Art von Klebemöglichkeit ich benutzen könnte, damit das vernünftig hält, auch Temperatur, Schlamm und Wasser und sich auch wieder rückstandslos entfernen lässt, dann gerne mal in die Kommentare damit, weil das würde mich echt mal interessieren. So, und ja, damit beende ich das jetzt auch, bevor jetzt hier gleich noch jemand um die Ecke guckt, warum ich hier so komische Selbstgespräche führe. So, ich will jetzt auch jetzt Ihren Will stabilisieren. ��που 1 4 und bio かな und iv